hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal dem es zocker so leute ich bin mal wieder online in clash of clans ich sag mal meine minap sorry dass das video spät online kommt ich war bis gerade eben in der schule ich wollte truppen an für cw schreibt noch kurz rein für cw brauche ich aber erinnert er weil ich muss jetzt gleich noch mal angreifen so steht im moment 40 zu 35 ja mein ersten angriff auf die sechsten zeige ich euch gleich okay ich muss die 14 machen 2 fünf sterne fernst du und durch unsere verteidigung schauen wir uns jetzt auch gleich an so also ich hab ja auf meinem zettel stehen ich lass kurz den angriff laufen den von der sechsen anrede ich kurz über ein paar dinge also ich hab hier stehen das wegen meinem intro ja genau ich hab jetzt ein intro und dazu noch ein outro das auto spiel ich dann auch noch ab und dann habe ich ein intro und outro ich werde eine folge diese folge wird cb spezial 1 sein es kommen noch ein paar cb spezial folgen noch mehr ich mach mal lauter leise ja dann bin ich ab montag im landschulheim hier im greenwood am montag im landschulheim dann bin ich da erstmal ein bisschen leiser dann bin ich da erstmal für fünf tage also bis freitag das heißt ich glaube es wird jeden zweiten oder dritten tag ein video online kommen und ja weil dann produziere ich jetzt hart vor ja sonntag bin ich auch weg also ist gerade viel zu tun muss ich jetzt mit klarkommen in sommerferien habe ich richtig viel zeit da würde ich dann probieren jeden tag ein video hochzuladen wenn es dann nicht geht dann geht es halt nicht aber das wollte ich sagen so dann mache ich gleich meinen live angriff und ich wollte euch mal meinen clan vorstellen ja ihr habt richtig gehört silorus glanis heißt er oben rechts seht ihr das abgebildet ist ein level 11 clan wir sind nicht schlecht wir sind gay teil wir sind super gut cw sieht man ja auch so wenn ihr in den klang kommen wollt schreibt einfach eine anfrage wenn ihr nicht gerusht seid dürftet ihr eigentlich reinkommen am besten ist wenn ihr in die anfrage schreibt ähm dass ihr von mir kommt weil dann nehme ich es zu fast 100% an in diesem fall ihr seid gerusht ja so wird es sein das war mein 100% das heißt ich zeige ihn euch mal kurz und mein klan es gibt alle klan vorteile auf zehn geht es nicht mehr weiter wir haben 253 siege 144 niederlagen 5 unentschieden und insgesamt 402 ck oder cw ist also klankriege wir haben zwei freundschaftskriege auch alle gewonnen so das ist das unser clan könnte ich ja kurz das video stoppen die klammenschreibung durchlesen das soll es ja habe ich schon drum bekommen ne äh ja dann greifen wir jetzt die 14 an das mache ich ohne klan truppen weil ich bin die nummer fünf das lohnt sich eigentlich gar nicht komplett anzugreiflich mass aber so zack 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 dürfte easy weg sein also drei dazu so dann sofort mit golem rein maria hinterher mauerbrecher walkyren rein im rage mega sprung dahin gift und gift heal nochmal rage es wird eh ein freestyle also zünden zünden tut mir echt leid dass es jetzt so ein scheißangriff war aber muss es halt sein so ich habe so ein ganz gutes gefühl dass wir gewinnen oh oh live angriff wir werden angegriffen wir werden angegriffen die sieben jetzt unsere drei zehn an ja aber ich habe als fünf die 14 angegriffen äh ja aber das passt soweit weil die wollen jetzt auch unten sterne hunden so was habe ich hier auf meiner liste stehen genau zwar dass ich jetzt noch hier den angriff auf mich zeig mal habe ich mir vorgeschwindigkeit weil dann wollen wir für jetzt noch einen angefreundern public also frei halt oh der trache hat die pickers gehen alter scheiße der trache hat alles so gebrutzelt geröstet ach du kacke ich glaube nur durch diesen trache an das nächste freestyle kassiert ach du scheiße war das lechtern von der drei also mit den truppen von ihm hätte ich eh den freestyle geholt war die zeit zu ende aber es wäre eh kein freestyle mehr geworden äh ja gut dann suche ich noch einen angriff hier raus sooo es geht jetzt nicht um loot oder schon um loot aber auch um pokale ich will jetzt oh sorry sorry ich will jetzt nicht wieder so niedrig absteigen weil ich nur noch farbeangriffe mache ich will wirklich mal wieder mit dem pokal ein bisschen höher oh sorry whatsapp so äh wie schon mal in einem video gesagt ich werde einen instagram account machen von meinem youtube kanal den könnt ihr dann abonnieren und dann könnt ihr immer sehen wenn ein video online kommt ich werde auch da mal ein paar Bilder so posten zum beispiel sowas hier würde ich dann posten so ne scheiß rushbase so ich glaube die geht noch so wird vor ich glaube ein bisschen langweilig oh den nehmen wir mit was mein king ist nicht da lol 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 das war jetzt nein der geht komplett in die büchse scheiße komplett verkackt auch jetzt deinen hinschicken bitte 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 läuft richtig nein die hoffe ja nein ja ja das wird das ist schon mal gut sorry dass ich gerade bin im angriff noch zu viel red aber ich probiere mich hier gerade zu konzentrieren so hier so jetzt sind wir gerade der gole der mini golem wird gerade richtig hoch geheilt auf geht's der tesla fällt noch yeah oh es sind zwei mini golems wuuu sorry man ich hatte gerade so lange schule aber wir schreiben keine arbeit mehr das ist schon mal richtig geil so da sind wir schon wieder pokale hoch gestiegen yeah ernsthaftiges kriege ich mag ja habe ich meine beutekarre schon eingesammelt ich sehe sie nicht mehr ich glaube schon jo dann bilden wir jetzt zurück mal ausgehen nochmal in die bauarbeiterbasis schauen da nochmal rein so das war's von der folge ich hoffe ihr hattet spaß haut rein und ciao mit folg mit mit mit